Oh lol ich glaube mehr habe ich nicht. Ach doch, cooldowns weg. Yo! Boah lol was hast du für ein Skin? LOL! Irre Waffe. Irre Waffe, da ist eine Lokomotive und dann fährt sie drauf. Hab ich noch nie gesehen. So, wann gibt's den? Das Geräusch? Oh, ist weg. Okay, trying to clear Hier ist ultra easy mit Leona. Ich habe nicht mehr alle Pots gebraucht. Dann können wir doch eigentlich direkt nochmal hier bei der Evelyn nachschauen. Sie ist nicht da. Enttäuschend. Oh, sie ist da. Dann nehmen wir den mit. Haha. Also entweder gankt jetzt topside oder sie macht ihre Golems, aber ich kann da gerade nicht lang laufen, weil die Minis mich sonst sehen. Jetzt aber nicht mehr. Ja. Nein. Oh, Minimblock auch noch. Oder, oder Golemblock. Oh, ich komme nicht hin. Ha! Ha! Oh, ich bin gleich wieder da. Wohohoho! Super! Nicht so schlau von dir zurück zu gehen und super Anlage, dass ich nicht noch ein Auto-Tag rausbekomme. Was macht der Minis? Okay. Haha. Er zieht nicht Marco. Oh, sie ist da. Nein. Oh, was? Oh, sie wird gestunnt. Oh, du Snitch. Na warte, ey, da für Bretter ist jetzt komplett weg. Hast du mich gesehen? Keine Ahnung. Die sind da beschäftigt mit Kills machen. Kann ich eigentlich reingehen, ne? Ja, da war die Rache. Haha. Und Diven? Oh Gott! Haha. Scheiße. Oh, jetzt kommt da drinnen Mystic Q. Bam! Verdammt, ich habe gehofft das reicht. Jetzt macht er erstmal Ulti an. Oh, schöner Q-Spell auf einer Range von über 400. Haha. Oh, RIP. Oh, RIP. Können wir noch weiter? Können wir noch ran? Oh, sehr gut. Oh. Oh, sehr gut. Oh. Die Sin, ich würde da gerne Mitte ganken, aber die ist nie da. Und Botlane grastet dann immer hier aus. Da gehe ich lieber da hin. Oh, sie ist Botlane. Siehst du. Dann ganke ich halt Mitte, indem ich als Botlane die töte. Es lohnt sich überhaupt nicht, dass sie umgagen. Bei der Sin könnte ich schnell helfen gerne. Oh mein Gott. Oh Gott, wie er dodged, indem er... Äh, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Okay. Na gut. Ah, ich kann nicht gashen. Ich hab so ein Auge. Ah, fuck. Okay. Ah. Oh, er bricht ab. Oh, ich kotze. Oh mein Auge. Oh nein, hier ist jemand. Ah. Oh lol. Da dachte ich irgendwie gerade kurz, ich wäre ein anderer Champ. Meine Ehe ist kein Dash. Oh mein Gott. Geh einfach drauf, bitte. Bitte geh einfach drauf. Okay. Hm. Oh lol, sie ist da. Ich will mitmachen. Bitte. Oh. Oh. Ich, äh. Oh. Ich wollte kein mehr flashen. Schade. Egal. Oh. Holy shit. Das ist ein starker Burst von mir tatsächlich. Wo ist die? Ah ja. Ah ja. Genau die. Da hab ich mich gerade gefragt, wo die hin ist. Oh. Easy. Bisschen zu gierig. Lass mir die Ruhe. Nein. Oh mein Gott. Wie schnell ich ripfer. Aber er holt sich ab, oder? Oder? High Gold. Hat nicht gereicht. Okay. Sehr gut. Gut. Jetzt machst du ja auch nur nen Blue buff. Ihr wisst, dass da alle Feinde kommen. Aber ich bin dabei. Ich bin dabei. Das ist meiner? So. Den hab ich's gezeigt. Oh yes. Ach. Ja. Sehr gut. Trin noch mehr. Wo bist du? Oh ja. Oh ho ho. Haha. Ja. Sehr gut. Oh leil, ich glaub mehr hab ich nicht. Warte doch, cooldowns weg. Yo! Oh, was ist denn denn? Schade, verfehlt. Kriegen wir noch, kriegen wir noch. Eie, das gibt's doch nicht, warum greif ich denn nicht an? Wo ist denn mein Auto-Tag? So einen Winddragen hätt ich auch ganz gern. Boah, dann geht ich mal so gar nicht jetzt. Boah, auf die allerdings. Holy. Boom! Das war ja gar nicht vorhersehbar. Oh, sie haben ihn trotzdem bekommen leider. Ja! Oh, Protobelt. Der Protobelt-Kill. Das hat sich ausgezahlt. Da will ich auch noch dabei sein. Aha. Ah, lol! Da hab auch ich das extra Gold bekommen. What the fuck? Ihr hättet echt back gehen sollen nach dem... ...nach den Inner, da bin ich ganz ehrlich. Aber wenn wir noch kurz überlebenslich sind, bin ich dabei. Da bin ich dabei! Und ich bin nicht mehr dabei. Hä? Hä? Oh, lol. Oh, der Sidestep kriegt mich nie! Achtung! BÄM! Hä? Hä? Wie? 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 Rumble-Probleme. Wo gehst du lang? Rumble? Da lang? Mein Gott. Von wegen Probleme. Den hol ich mir aber. Oh, der überlebt das. Ich glaub das nicht. Ja, sonst läuft es dann entspannt den innerweiterin. Oh mein, wer mit dem Jinx? Hab ich vergessen. Oh lol, drin da. Kann ich drin eigentlich noch öfter mit Ulti absterben? Das ist ja peinlich. Oh. Okay. Final 1v1. Komm her. Easy. Eindeutig der bessere Jugger, Leona. Oh, da ist der gestunt. Na gut. Das ist absolut Variable, Jugger, Leona. Ich sag's euch. 33.000 Schaden. Jawohl. War auf jeden Fall absolut meine Idee, Jugger, Leona. Danke für die Jugger, Leona-Idee. War ultra nice. Christoph. ia. Musik. Kass.